So, Lady, ich hab da ein Problem, meine Lady. Ich bringe mir nix da hoch, ne? Das ist doch schade, auch nix dolles hier gefunden, ah, wieder falscher Eingang. Gehen wir mal zurück. Joe, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Vielleicht die Werner. Ja, sehr gut, Gornach, nice. Ich hab jetzt auch gedacht, so nach der langen Wartezeit, ne? Ich hab's ja schon ein bisschen liegen gehabt bei mir. Und ich hab gedacht, komm, jetzt ist mal der perfekte Zeitpunkt. Ne, man hat ja Fallout gerne gespielt. So, warte mal. Aufseher-Logbuch, top of the world. Jemand hat diese alte Skianlage unter Kontrolle. Und wenn ich diese Person finde, werde ich in den Mund mit dem ersten Zeug auswaschen. Das auch nur entfernt an Seife erinnert. Egoistisch. Das ist zutreffend. Lässt's doch nicht hoch. Vielleicht hat sie deshalb allein. Vielleicht hat sie deshalb überlebt. Aber sie wird es mir nur sagen, wenn ich ihr vorher helfe. Wo kommt der denn her? Die Scheißspieler. Er hat überlebt. Natürlich die Soziopathin. Okay, rennen. Auch wenn das Minfeld ist. Affe. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, also wenn du online spielst, kommen natürlich auch andere Typen. Aber es hat mir noch nie jemand angegriffen. Na, Kultisten. Die haben mich nicht gesehen. So, dann suchen wir uns gleich mal eine Mission aus. Oh, hier oben war ich schon. Oh nein. Oh nein. Nicht passende Waffe für... Geh auf die 8. Weh, Alter. Ja, lad nach. Genau. Ey, die hat keinen Wumms. Ey, die hat keinen Wumms. Die hat einen Wunsch. Okay. Wenn dein Wunschat. Diese moles sollten, ihr seid keine Wunschatzen? Zeig. Alles, ich wurde nicht mehr. Also, mach ihn. Wie ist keine Wunschatzen? Das ist ein Wunschatzen. Und ich mache einen Wunschatzen? Ey, die hat eine Wunschatzen. Die ist nicht so spannend. Wo kommst du denn her? Fallenboden geschlossen. Nice. Kommt jetzt noch ein neuer. Wäre auf jeden Fall noch was hecheln. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Geht schon gut an. Oh, nice, Black Qo. Bei mir ist auch alles gut, Jo. Alles gut soweit. Nichts Neues. Heute doch ein relativ... Doch mal wieder einen geniegenen Tag gehabt. Der war ganz okay. So, was machen wir denn heute? Aber hier müssen wir auf jeden Fall loswerden. Die Waffe. Kann sein, dass es das gibt, Reiner. Ich habe einfach online gemacht. Habe ich Bock drauf. Wie gesagt, also ich habe bisher die anderen Spieler, die haben mich ja auch nicht angegriffen. Die haben mir ja geholfen. In den letzten zwei Streams. Waren wir hier auch unterwegs. Ist einer die ganze Zeit mit mir gelaufen und hat mir geholfen. Das erste, was mich angegriffen hat. Okay. Ne, wir gucken mal, was wir an Quests haben. Oh, sehr gut. Ach guck mal, das haben wir gar nicht beendet hier. Nein, na, auf. Das ist ein Stück weiter, ne? 649, wow. Oh, schnell reisen. Hallöchen Claudia. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ja. Ja. Das war geplant schon, ja? Ich fällt mir einfach so aus. Äh, da nein. Ah, von da oben wurde ich beballert. Gehe nochmal ein Stück weiter weg. Hier ist das doch eigentlich der Hund, ne? Achtung, hier spricht der Bürgermeister von Grafton mit einer Prioritätsnachricht. Arbeiter planen eine illegale Demonstration hier in Grafton. Hiermit verpflichte ich alle bewaffneten Bürger zur Niederschlagung dieses bevorstehenden Aufstands. Die Firma Grafton Stil ist ein wichtiger Unterstützer meiner Kampagne. Shit, da muss ich rein. Und dann kann sie gar nicht schuld an all dem sein, was man hier vorwirft. Was ist denn der? Ja. Willkommen in Grafton. Sie hätten bestimmt keinen Computer als Bürgermeister von Grafton erwartet. Leider sind sie für den Beginn der Touristensaison ein wenig zu früh da. Aber heute ist ihr Glückstag. Wenn sie uns bei der Vorbereitung auf den erwarteten Urlauberansturm helfen, kostet sie... Das ist enttäuschend. Der Waffel erwartet halt zwei, besser, Joe. Hallo? Okay, jetzt geht er draußen ab, Alter. Streckt neben mir an. Mir geht's gut, Claudia. Schön, dass es dir gut geht. Nur müde, ne? Ja, weil das ist schon mal ganz gut, Black. Also ich finde, die Community ist geil. Heute ist ihr Glückstag. Wenn sie uns bei der Vorbereitung auf den erwarteten Urlauberansturm helfen, kostet sie die Benutzung aller Attraktionen ganze 5% weniger. Wir haben hier vier große Attraktionen. Wavy Willard, den Skistand in Clarksburg, Pricketsford und die Black Bear Lodge. Gehen Sie los und bereiten Sie alle vor. Ich warte hier. Ich habe nämlich keine Beine und kann mich nicht bewegen. Müssen wir für den Aufgaben machen? Oh, Joe, der war noch richtig gut. Also ich habe mich um schlappe 180.000 Plätze verbessert. Aber 21.000 bin ich jetzt. Irgendwo da, ne? 21.000, 22.000. Irgendwo dazwischen war das. War schon ein geiler Run. Aber hätten mich nicht diese drei Bosse gleichzeitig angegriffen mit dem Laser, ich wäre wahrscheinlich noch weitergekommen. Dann wären wir alle noch mehr im Arsch gewesen. Oh, ein Save. Na. Na ja. Hatten Sie sich auch sparen können. Die Blöde kann wirklich nicht mehr, okay. Jetzt aber, jetzt muss ich für den hier die kleinen Aufgaben machen. Ich dachte, wir hätten noch was Größeres vor. Oh nein, jetzt ist er wieder Schrott mit eingepackten Mahnen. Noch keine Bekanntschaft mit dem machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Ah, er ist beschäftigt. Sehr gut. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay, ich bin auch ziemlich von meinem Ziel wieder abgewichen hier. Keine Ahnung, Blick. Alles keine Pause, ne? Erst mal drauf am Fersen. Wir lassen uns das extra话. All right. Exactly. Jochen da. Jetzt nicht runter. Untertitelung des ZDF, 2020